Holz wird in Österreich seit langer Zeit erfolgreich als Baustoff eingesetzt. Im Sinne der Brandsicherheit ergeben sich bei richtiger Dimensionierung durchaus auch Vorteile. Holz brennt sehr gleichmäßig und somit berechenbar ab. Beim Abbrand von Holz bildet sich eine Kohleschicht, welche den darunterliegenden Kern schützt. Bei einer Branddauer von 30 Minuten brennt etwa drei Zentimeter der Oberfläche ab. Der darunterliegende Kern bleibt statisch tragfähig.